So, eine ganz besondere Ehre. Endlich. Heute ist es soweit. Okay, ein Stück, dass wir eigentlich die Ansage brauchen. Ein bisschen gerockt wird jetzt. Nee. Überraschend. Der will gerade sehen, der hat ja auch im Kopf. Der will gerade sehen, der hat ja auch im Kopf. Der will gerade sehen, der hat ja auch im Kopf. Der will gerade sehen, der hat ja auch im Kopf. Der will gerade sehen, der hat ja auch im Kopf. Der will gerade sehen, der hat ja auch im Kopf. Der will gerade sehen, der hat ja auch im Kopf. Der will gerade sehen, der hat ja auch im Kopf. Der will gerade sehen, der hat ja auch im Kopf. Der will gerade sehen, der hat ja auch im Kopf. Musik 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 Ich habe das einigermaßen, auch für eure Ohren, ich muss sagen, wir haben wirklich einmal geprobt Und ich muss sagen, sensationell Noch mal! Noch mal! Ja, gleich später vielleicht! So, in Lotte möchte man es sagen, ich habe es zu sprich zu den Leuten Auf den großen Bühnen dieser Welt gar nicht mehr wegzudenken Vorher hatten wir unser Jubiläum, elf Jahre Blancen Wir haben da drüben gespielt, wir sind ein bisschen untergegangen, man gab uns kein Mikro Wir haben vor uns hingespielt, es hat uns keiner groß gemacht Jetzt haben wir gesagt, okay! Jetzt haben wir gedacht, zum Zwölf hier ein auch ein schönes Jubiläum Jetzt mal auf den großen Truck Unser Motto, nach wie vor, ohne Proben, ganz nach oben Wir können sehen, wo zum Kind geführt hat Wir haben weitere Motto Unser Hopf kommt oft Unser Hopf kommt oft Und so weiter und so fort Es hilft ja nicht! Es hilft ja nicht! Es hilft ja nicht! Es hilft ja nicht! Es waren gerade etwas ungewöhnlich, unköltische Lieder Ich glaube, wir haben jetzt ein költisches Lied mitgebracht Wir haben da auch eine kleine Überraschung mit eingebaut Ihr müsst ihm ein bisschen mit dem Text helfen Wir wollen nämlich sonst die Pizza Also, mit euch immer! Es ist ein Lied, ich denke, das kennen wir auch alle Ich kenne es nicht so richtig, aber ich will es gleich kennenlernen Wir sind die Größten! Du bist die Stadt, wo Klima angestarrt Du hättest unser Mensch schon angekommen Raad der Herrlich habe in dir sich Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.